Aber die Ehre lässt du dich von äußeren Umständen beeinflussen. Wenn du morgens aufstehst und siehst, dass es windig ist, dass es schneit oder dass das Wetter vielleicht nicht so ist, wie du es dir erwartet hast, weil der Wetterbericht mal wieder falsch lag, dann kann es vorkommen, dass du dich vielleicht nicht in deine Pläne hältst und einfach dich treiben lässt und dich von dem Wetter runterziehen lässt, wenn es nicht gut ist. Oder beziehungsweise lässt du dich beeinflussen, wenn es schön ist. Es ist eigentlich noch schlimmer, wenn die Sonne scheint. Dann sagst du dir aber heute keine Lust auf Arbeiten, heute keine Lust auf Computer sitzen, am Schreibtisch sitzen und Dinge weitermachen, die ich nicht mehr eigentlich vorgenommen hatte oder dich an deine Disziplin zu halten. Ja, dann liegt es vielleicht auch daran, an deinem Umfeld das entscheidende Erlebnis, was ich auch gemacht habe und die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, wenn das Umfeld dich nicht inspiriert, wenn du mit Leuten zusammenlebst, wie zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder die Menschen, die so nichts miteinander haben und keine Ziele haben und nichts einplanen, die einfach so den Tag reinleben und so nach Lust und Laune ihr Tagesgeschehen gestalten, nicht wirklich ein diszipliniertes Vorgehen haben, dann ist es ganz normal, dass es dir leicht fällt, dich davon beeinflussen zu lassen und dich auch ablenken zu lassen. Und wie gesagt, also bei mir war es genauso, man darf dann einfach rigoros sein und einen radikalen Einschnitt vornehmen, so habe es ich gemacht. Muss nicht jeder machen, aber es war für mich die beste Lösung, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt Distanz von all den Umständen, die mich nicht weiterbringen und aus dem Grund habe ich dann beschlossen, einfach mich mal zurückzuziehen und darüber nachzudenken und zu reflektieren, mich selbst zu reflektieren und wieder zu mir selbst zu kommen und mich zu hinterfragen, zu fragen, was genau will ich eigentlich, wo will ich hin und wie will ich das Ganze auf die Beine stellen. Dazu ein paar Tipps, ein paar Ratschläge, Hinweise, die dir vielleicht helfen, schneller voranzukommen. Und zwar geht es zum ersten, wie ich schon gesagt habe, dass du wieder zu dir kommst, dass du weißt, wer du bist, dass du wieder in deine Mitte kommst. Bei mir ging es so, dass ich das mit Meditation geschafft habe oder auch einfach nur in der Natur zu sein, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, ohne irgendwelche Stoffen, auch in den draussen, kein Fernsehen, wenig Fernsehen, keinerlei Nachrichten, alles was im Internet so vorging oder auch in der Welt, was mich nicht direkt betrifft. Habe ich einfach mal abgeschaltet für eine Zeit lang, wieder zu verstehen, was eigentlich ich, was ich eigentlich will. Dann zweitens, was sind deine Ziele, wie siehst du dich in der Zukunft, was wirst du von der Zukunft, die klar definieren, klar stecken und dich dann entsprechend auch jeden Tag daran orientieren, neu ausrichten, hinterfragen, was bringt der Tag, wie kannst du den Tag nutzen und ja, zu guter Letzt, auch im Zusammenhang mit den Zielen, ist dann eben die Frage, wie gestaltest du deinen Tag anhand von Aufgaben, von Missionen, nenn ich sie es, Tests, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst, dass du die Aufgaben steckst, die du jeden Tag erledigen kannst. Anfangs nicht zu viele, vielleicht eine pro Tag, wenn du eine erledigt hast, dann geht es dir meistens so, so habe ich es erlebt, dass du dann wieder im Fluss bist und einfach weitermachst. So, ich bin jetzt gleich, ich bin jetzt fertig, ich bin hier gerade unterwegs spazieren gehen, weil das war einfach heute ein wichtiges Ereignis, heute mal wieder rauszukommen, um auch mich wieder selbst zu erfahren und dann wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, nimm es nicht so ernst, wenn du mal einen Tag vergeudest hast, so in Anführungsstrichen, weil es ist wichtig, auch mal Pausen zu machen und ja, dann lass mich einfach wissen, wie es dir gegangen ist, mit diesen Tipps, was du machst, damit du dich nicht beeinflussen lässt, wie du die Störfaktoren abschaltest und wenn dir das Video geholfen hat, dann schick es einfach weiter an Menschen, die sich leicht ablenken lassen, die sich beeinflussen lassen, auch von anderen Menschen und setzt doch einfach ein Like drunter unter dem Video oder abonniere meinen Kanal auch, würde mich freuen, damit ich weiß, was denn so ankommt oder nicht. So, jetzt darf ich wieder mit meiner, nicht so ein bisschen spazieren gehen hier, ich wünsche viel Spaß bei den Umsetzungen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ciao!